Wir Menschen leben in einem neuen Erdzeitalter, sagen uns Wissenschaftler, indem wir zum ersten Mal die biologischen, chemischen und physikalischen Gegebenheiten der Erde durch unser Alltagsverhalten so stark beeinflussen, dass sich unsere Lebensbedingungen völlig ändern werden. Denn die Erde erwärmt sich, wissen wir alle. Aber oft genug machen wir die Augen davor zu, was das für Folgen hat. Der Meeresspiegel steigt, Land versinkt, Strände, wo du heute Urlaub machen kannst, die sind weg. Große Regionen, ganze Küstenstädte laufen voll Wasser. Die Menschen müssen da weg. Anderes Beispiel, in Afrika wird es noch heißer als heute. Barfuß wirst du da manchmal den Boden nicht mehr betreten können. Du verbrennst dir die Füße. Die Menschen müssen weg. Vielleicht denkst du, zum Glück nicht bei uns. Wir leben nicht am Meer und nicht in der Wüste. Okay, aber wenn Millionen Menschen gezwungen sein werden, sich eine neue Heimat zu suchen, dann entstehen riesige Wanderungsbewegungen. Was meinst du wohl, wo die hingehen wollen? Böse Zungen behaupten ja, dass unsere Regierungen in Europa jetzt schon mal üben, Grenzen zuzumachen, damit dann später die Völkerwanderung woanders hingeht. Im Nachtgebet heute bete ich für alle, die sich auf der zu Ende gegangenen UN-Klimakonferenz eingesetzt haben, die Veränderungen wollen, dass sie ihren Mut behalten und dass sie Veränderungen schaffen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar.